Kapitel 25.5 Die fünfte Posaune Kommen wir jetzt wieder zurück zur fünften Posaune. In Offenbarung 9, Abvers 1 steht Und der fünfte Engel blies seine Posaune, und ich sah einen Stern, gefallen vom Himmel auf die Erde, und ihm wurde der Schlüssel zum Brunnen des Abgrunds gegeben. Und er tat den Brunnen des Abgrunds auf, und es stieg auf ein Rauch aus dem Brunnen, wie der Rauch eines großen Ofens. Und es wurden verfinstert die Sonne und die Luft von dem Rauch des Brunnens. Und aus dem Rauch kamen Heuschrecken auf die Erde, und ihnen wurde Macht gegeben, wie die Skorpione auf Erden Macht haben. Und es wurde ihnen gesagt, sie sollten nicht Schaden tun dem Gras auf Erden, noch allem Grünen, noch irgendeinem Baum, sondern allein den Menschen, die nicht das Siegel Gottes haben an ihren Sternen. Und ihnen wurde Macht gegeben, nicht, dass sie sie töteten, sondern sie quälten fünf Monate lang. Und ihre Qual war wie eine Qual von einem Skorpion, wenn er einen Menschen sticht. Und in jenen Tagen werden die Menschen den Tod suchen und ihn nicht finden. Sie werden begehren zu sterben, und der Tod wird vor ihnen fliehen. Und die Heuschrecken sahen aus wie Rosse, die zum Krieg gerüstet sind, und auf ihren Köpfen war etwas wie goldene Kronen, und ihr Antlitz glich der Menschenantlitz, und sie hatten Haar wie Frauenhaar, und Zähne wie Löwenzähne, und hatten Panzer wie eiserne Panzer, und das Rasseln ihrer Flügel war wie das Rasseln der Wagen vieler Rosse, die in den Krieg laufen. Und hatten Schwänze wie Skorpione, und hatten Stacheln, und in ihren Schwänzen war ihre Kraft, Schaden zu tun, den Menschen fünf Monate lang. Sie hatten über sich einen König, den Engel des Abgrunds. Sein Name heißt auf Hebräisch Abaddon, und auf Griechisch hat er den Namen Apollyon. Die fünfte Posaune gehört mit der sechsten und der siebten Posaune zu den Weherufen in der Offenbarung. Warum? Weil die letzten drei Posaunen noch zukünftig sind. Außerdem enthält die fünfte Posaune nicht die Formulierung der dritte Teil. Das ist ein Hinweis darauf, dass es sich nicht mehr um das Israel des Alten Testaments, sondern um das endzeitliche Israel im Reich des Antichristen und seines falschen Propheten handelt. Mit der fünften Posaune beginnt also ein neuer, endzeitlicher Zyklus. Außerdem ist diese fünfte Posaune von den ersten vier durch diesen Weheruf abgesetzt. Denn zwischen der vierten und der fünften Posaune fliegt ein Engel, andere übersetzen auch Adler, durch den Himmel und sagt mit großer Stimme Weh, 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 denen, die auf Erden wohnen, vor den anderen Stimmen der Posaunen und der drei Engel, die noch posaunen sollen. Auf diesen Weheruf folgt die fünfte Posaune als das erste Wehe. Nach der fünften Posaune steht folgerichtig in Offenbarung 9, Vers 12, ein Wehe ist dahin, siehe es kommen noch zwei Wehe nach dem. Dann kommt die sechste Posaune, die in Offenbarung 11, Vers 14 ebenfalls als ein Wehe beschrieben wird. Das andere, also das zweite Wehe, ist dahin, siehe, das dritte Wehe, also die siebte Posaune, kommt schnell. Danach posaunt dann der siebte Engel und das dritte Wehe kommt in Form der siebten Posaune. Die drei Wehe sind also die fünfte, die sechste und die siebte Posaune. Sie kommen allesamt erst in der Endzeit. Haben wir in den ersten vier Posaunen lediglich Aussagen gesehen, die für uns heute bereits Vergangenheit sind, so beginnt mit der fünften Posaune erstmals in den Posaunengerichten eine prophetische Schau der Zukunft. Diese fünfte Posaune redet prophetisch verschlüsselt von der hochokkult geprägten Herrschaft des Antichristen und insbesondere des falschen Propheten in Jerusalem während der ersten fünf Monate der zweiten Hälfte der 70. Jahrwoche. Es handelt sich hier um eine Zeit, die derart finster ist, dass die Menschen den Tod suchen und ihn nicht finden. Sie scheint vom hochokkulten falschen Propheten sowie finsteren Geistern und Dämonen geprägt zu sein, die der Teufel auf die Menschen loslässt. Kapitel 25.5.1 Die Heuschrecken Die Formulierungen, die innerhalb der fünften Posaune zur Beschreibung dieser schrecklichen Zeit verwendet werden, müssen wir in enger Verbindung zu Joel sehen. Denn Joel beschreibt eine ganz außerordentliche Heuschreckenart, was sich sowohl auf natürliche Heuschrecken als auch auf eine irdische Armee als auch auf Dämonen beziehen kann. Der Stern vom Himmel, Satan, öffnet den Abgrund und Heuschrecken, Dämonen, kommen hervor. Sie verfinstern die Sonne und die Luft. Es liegt die Vermutung nahe, dass die Sonne ein Bild auf Gott bzw. Christus, der Mond ein Bild auf Jerusalem und die Sterne ein Bild auf Judah und insbesondere Ephraim sind. Dazu später mehr. Sie verfinstern die Sonne und die Luft, denn ihr Herrschaftsbereich ist zwischen Himmel und Erde in der Luft, wie Paulus das auch im Epheserbrief beschreibt. Dass die Sonne verfinstert wird, ist ein Bild darauf, dass Christus, die Sonne der Gerechtigkeit, nicht mehr zu finden sein wird. Die Herrschaft des falschen Propheten wird derart okkult sein, dass im Reich des Antichristen kein geistliches Licht aus der Ewigkeit mehr scheinen wird. Die Menschen, die dem Antichrist anheimgefallen sind und sein Mahlzeichen angenommen haben, suchen den Tod und er wird vor ihnen fliehen, denn sie haben weder im irdischen noch im himmlischen Leben eine Zuflucht. Dieses Bild der Heuschrecken steht für Dämonen und alle die, die des Satans Kinder sind. Der Dienst der Heuschrecken ist ein äußerst seltsamer, denn sie schädigen nicht Gras oder Grünes oder Bäume, sondern allein Menschen, und zwar solche, die nicht das Siegel Gottes auf ihren Stirnen tragen. Diejenigen, die das Siegel Gottes in Jesus Christus auf ihren Stirnen tragen, werden bewahrt werden. Das ist ein großer Trost und eine wichtige Verheißung für uns. Diese Dämonen können Christen nichts anhaben, denn sie werden von Christus bewahrt. Wenn es innerhalb der ersten Posaune nicht um Waldsterben, sondern um Menschen ging, müssen wir diese Sichtweise auch hier beibehalten. Bei dem Gras und den Bäumen in der fünften Posaune geht es sinnbildlich ebenfalls um Menschen, die von den Heuschrecken geistlich und physisch gematert werden. Es sind die Menschen, die im Reich des Antichristen leben und nicht an Jesus Christus glauben, also nicht das Siegel Gottes an ihren Stirnen tragen, denn sie tragen das Mahlzeichen des Tieres. Offenbarung 9, Vers 4 Es ward ihnen, den Heuschrecken, gesagt, nicht das Gras auf Erden noch ein Grünes noch einen Baum zu beschädigen, sondern allein die Menschen, die nicht haben das Siegel Gottes, das ist der Geist Gottes, an ihren Stirnen. Die Heuschrecken sind nicht Rosse, sondern sie gleichen ihnen lediglich. Es geht nicht um einen echten irdischen Krieg, sondern um den fünfmonatigen Hexensabbat im Reich des Antichristen unter der Regie seines falschen Propheten, denn er übt die Herrschaft des Antichristen aus. Vergleiche Offenbarung 13, Vers 11 Und ich sah ein anderes Tier aufsteigen aus der Erde, das hatte zwei Hörner gleich wie ein Lamm und redete wie ein Drache und es übt alle Macht des ersten Tieres vor ihm. Die Heuschrecken sind also lediglich den Rossen gleich. Sie tragen keine wirklichen Kronen, sondern nur etwas wie goldene Kronen. Sie beherrschen den Luftraum, wie Paulus auch in Epheser 6, Vers 12 schreibt, denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Fürsten und Gewaltigen, nämlich mit den Herrschern der Welt, die in der Finsternis dieser Welt herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Ihr Antlitz gleicht dem der Menschen. Dieses Bild ist nicht leicht zu verstehen. Lesen wir zunächst den Propheten Daniel. Nebukadnezar wurde sieben Jahre lang zu einem Tier und fraß Gras wie ein Ochse, bis er dem Gott des Himmels wieder Ehre gab. Vergleiche Daniel 4 Erst danach kam er wieder zur Vernunft und zu seinen königlichen Ehren. Nebukadnezar erlebte also eine Art alttestamentlicher Bekehrung zu Gott. Erst durch diese Bekehrung wurde Nebukadnezar vom Tier zum Menschen. Daniel 7 berichtet von vier Weltreichen, die als Raubtiere dargestellt werden. Von dem babylonischen König wird berichtet, dass ihm seine zwei Flügel ausgerauft wurden, er wie ein Mensch auf zwei Füße zu stehen kam und ihm ein menschliches Herz gegeben wird. Das ist ein Bild der Bekehrung Nebukadnezars von den Göttern der Heiden zu dem einen Gott Israels. Ohne Gott gleicht der Mensch den unvernünftigen Tieren. Judas schreibt in Kapitel 1, Vers 10 Zum Menschen im Bildlichen Sinn wird der Mensch erst durch den Glauben an Gott beziehungsweise im gegenwärtigen Zeitalter an den Herrn Jesus Christus. Aber zurück zur fünften Posaune. Das Antlitz der Heuschrecken in unserem Textabschnitt gleicht dem der Menschen nur. Die Heuschrecken gleichen zwar äußerlich den wahrhaft Gläubigen, tatsächlich aber sind sie dämonisch Besessene, die die Menschen während der in der Bibel beschriebenen fünfmonatigen Phase in Jerusalem und im Reich des Antichristen schrecklich quälen. Was für eine dunkle und okkult belastete Zeit. Sie haben Haare wie Frauenhaare. Das mag ein Hinweis auf das dämonische Wesen dieser Heuschrecken sein, die aus dem Abgrund kommen. Denken wir nur an das Weib Isabel in Offenbarung 2, Vers 20 und 1. Könige 19, Vers 2, die als ein Bild für das Böse steht. Erinnern wir uns an Eva, von der gesagt wird, dass sie in Übertretung fiel und die Sünde in die Welt einführte. Die Gottlosigkeit in Saraya 5, Vers 8 schließlich erscheint in Form einer Frau. Die Bibel benutzt das Bild des Weiblichen oft, um das Widergöttliche darzustellen. Sie haben Zähne wie die Löwen. Sie zerreißen und zerfleischen alles, was an geistlichem Wachstum vorhanden ist. Sie haben Panzer wie eiserne Panzer. Sie sind unangreifbar. Schutz gegen sie bietet nur das Blut Jesu Christi und der Glaube an ihn. Sie haben Schwänze gleich den Skorpionen und Stacheln. Mit diesen Stacheln stechen diese Wesen alle, die nicht unter dem Schutz Jesu Christi stehen, so wie in 4. Mose 21 das Volk von dem Schlangengift starb, wenn sie nicht auf die eherne Schlange schauten. Sie sind allesamt gerüstet zum Kampf mit Panzern wie eiserne Panzer. Und schließlich ist der Satan der Herrscher über sie. Diese fünfte Posaune redet also von der finstersten Zeit, die die Welt jemals gesehen hat und sehen wird. Sie beschreibt in drastischen Worten die geistliche Ausprägung dieser zutiefst okkulten und teuflisch geprägten 5-monatigen Phase, in der der Teufel durch den Antichristen und insbesondere seinen falschen Propheten die Menschen so unglaublich quält, dass, wenn diese Zeit nicht verkürzt würde, kein Mensch gerettet werden würde. Aber diese Phase dauert nur 5 Monate, wie wir oben gesehen haben. Damit endet die fünfte Posaune. Zwischen der fünften und der sechsten Posaune geschieht Folgendes. Nach fünf Monaten kommt der König des Südens, greift Jerusalem an und erobert die Stadt. Damit ist die grausame Herrschaft des Antichristen nach fünf Monaten unterbrochen. Vielleicht ist das die kleine Hilfe, von der in Daniel 11, Vers 34 steht. Aber es dauert nicht lange und der Antichrist zieht gegen den König des Südens und erobert die Stadt Jerusalem zurück. Dann macht er sich auf den Weg, um Ägypten und Nordafrika zu erobern. Auf diesem Feldzug hört er gegen Ende der zweiten Hälfte der 70. Jahrwoche Gerüchte von Norden und von Osten. Das ist, was sich jetzt anschließt, nämlich die Verwüstung Israels beim Heranrücken der Truppen Neo-Assyriens. Und das ist Inhalt der sechsten Posaune. Kapitel 25.6 Die sechste Posaune In der sechsten Posaune geht es nun um einen tatsächlichen Krieg. In Offenbarung 9, Vers 13 folgende steht Und der sechste Engel posaunte Und ich hörte eine Stimme aus den vier Ecken des goldenen Altars vor Gott, die sprach zu dem sechsten Engel, der die Posaune hatte, Löse die vier Engel, die gebunden sind an dem großen Wasserstrom Euphrat. Und es wurden losgelassen die vier Engel, die bereit waren für die Stunde und den Tag und den Monat und das Jahr, zu töten den dritten Teil der Menschen. Und die Zahl des reitenden Heeres war viel tausend mal tausend. Andere übersetzen 200 Millionen. Und ich hörte ihre Zahl. Und so sah ich in dieser Erscheinung die Rosse und die darauf saßen. Sie hatten feuerrote und blaue und schwefelgelbe Panzer und die Häupter der Rosse waren wie die Häupter der Löwen und aus ihren Mäulern kam Feuer und Rauch und Schwefel. Von diesen drei Plagen wurde getötet der dritte Teil der Menschen, von dem Feuer und Rauch und Schwefel, der aus ihren Mäulern kam. Johannes sieht jetzt nicht etwas wie Rosse, sondern er sieht Rosse. Es ist Feuer, Rauch und Schwefel, der aus dem Mund der Rosse geht. Die sechste Posaune berichtet von einem viele Millionen großen Heer, das sich vom Wasserstrom Euphrat aus aufmacht. Dieses Gebiet entspricht dem heutigen Irak-Iran. Aber die Bibel kann man nicht mit der aktuellen Weltpolitik auslegen. Das ist schon immer schief gegangen. Besser ist es, das Alte Testament auf ähnliche Strukturen zu durchforschen und auch hier finden wir wieder in Jesaja 7 die Parallele. Oben haben wir bereits gesagt, dass sich antike Strukturen in der Endzeit wiederholen. Das ist auch hier der Fall. Zur Zeit des Königs Ahas versuchte, wie schon besprochen, eine Koalition aus Syrien und dem Nordreich Israels im Syro-Ephraimitischen Krieg Judah und Jerusalem zu erobern. Die politische Situation im Jahr 733 v. Chr. stellt sich wie folgt dar. Dann folgt im Buch eine Karte. Nachdem aber der Syro-Ephraimitische Krieg gegen Judah und Jerusalem nicht zum Erfolg geführt hatte, brachen die Assyrer mehrfach nach Süden auf und eroberten im Jahr 722 v. Chr. alle Länder. Nur Judah und Jerusalem blieben übrig. Später, im Jahr 713 v. Chr. sogar nur noch Jerusalem allein. Eine sehr ähnliche politische Entwicklung zeichnet die sechste Posaune für die Endzeit. Es kommt dann erneut eine politische Struktur, die schon im Alten Testament beschrieben wurde. Sie ist also nichts Neues. Vom Euphrat macht sich ein riesiges Heer auf, um in Nordisrael und in Syrien einzufallen. Dieses Heer wird sich in der Ebene Megiddo lagern, wo der Antichrist auf die Neo-Assyrer treffen wird. Das ist es, wenn die sechste Posaune davon spricht, dass sich am Euphrat ein riesiges Heer aufmacht, um den dritten Teil der Menschen, nämlich die Israeliten, zu töten. Denn dieses Heer kämpft gegen das Reich des Antichristen, zu dem Nordisrael hinzugehört, während der Antichrist auf seinem Feldzug in Nordafrika ist. Es ist äußerst interessant, wie der Pulverdampf umschrieben wird, der bei modernem Kriegsgerät entsteht, wenn Johannes in Vers 17 schreibt, dass die auf den Rossen feurige, bläuliche und schweflige Panzer tragen. Im folgenden Vers wird beschrieben, dass aus den Mäulern der Rosse Feuer, Rauch und Schwefel gehen. Schieß- oder Schwarzpulver, zum Abfeuern von Geschützen, wurde aber erst ca. 1000 Jahre später von den Chinesen erfunden. Johannes kannte zu seiner Zeit lediglich Schwert und Bogen, bzw. die Schleudersteine der Römer. Feuerwaffen gab es zu seiner Zeit noch nicht. Hätte es eine bessere Umschreibung dieser modernen Waffen geben können, als die hier gewählte? Warum aber ist diese endzeitliche, tatsächliche Schlacht nur für Israel und nicht auch für die Gemeinde zu sehen? Oder vielleicht für alle Nationen, nämlich für die ganze Welt? Weil innerhalb der sechsten Posaune wieder zweimal der dritte Teil auftaucht. In Offenbarung 9, Vers 15 bis 18 steht, Und es wurden losgelassen, die vier Engel, die bereit waren für die Stunde und den Tag und den Monat und das Jahr, zu töten den dritten Teil der Menschen. Und die Zahl des reitenden Heers war viel tausend mal tausend. Ich hörte ihre Zahl. Und so sah ich in dieser Erscheinung die Rosse und die darauf saßen. Sie hatten feuerrote und blaue und schwefelgelbe Panzer. Und die Häupter der Rosse waren wie die Häupter der Löwen. Und aus ihren Mäulern kam Feuer und Rauch und Schwefel. Von diesen drei Plagen wurde getötet der dritte Teil der Menschen, von dem Feuer und Rauch und Schwefel, der aus ihren Mäulern kam. So ergibt sich wieder die Zahlenkombination 12 und 2. Außerdem ist es wichtig zu beachten, dass die Zahl des riesigen Volkes, das gegen Israel zieht, vom Euphrat stammt. Hier handelt es sich also um das von mir sogenannte Neo-Assyrische Großreich, das ganz genauso wie zur Zeit des Königs Ahas in Jesaja 7 in der Endzeit im Norden des Antichristlichen Reiches heranwächst und sich nach Süden in Richtung Israel und darüber hinaus ausdehnen will. Hiervon hatten wir oben bereits im Detail gesprochen. Aber es gibt noch einen Grund, warum der Zusammenhang mit dem riesigen Heer vom Euphrat in der sechsten Posaune, der dritte Teil, erneut zweimal erwähnt wird. Oben hatten wir ja gesagt, dass die 12 und 2 Struktur mit den zwölf Stämmen Israels und den zwei Zeugen zu tun hat. Warum aber steht die sechste Posaune in so engem Zusammenhang mit den beiden Zeugen? Weil unmittelbar vor der Schlacht von Hamageddon am Tag 1290 die beiden Zeugen, das Haus David und die Bürger Jerusalems, lebendig werden, auf ihre Füße treten und entrückt werden. Diese Ereignisse liegen zeitlich so eng zusammen, dass es nicht mehr als richtig ist, dass die sechste Posaune in engstem Zusammenhang mit den beiden Zeugen und deren Auferstehung bzw. deren Entrückung steht. Die Entrückung der beiden Zeugen ist derart eindrücklich, dass sich die bis dahin am Leben gebliebenen Israeliten zu ihrem Gott bekehren und in die Ruinen der Stadt Jerusalem flüchten. Auch das Heer des Antichristen und dass der Könige von jenseits des Euphrates sehen die Entrückung. In okkulter Umnachtung ziehen beide Heere, die in Offenbarung 16 beschrieben sind, hinauf nach Jerusalem, um die aufrührerische Stadt dem Erdboden gleich zu machen und endgültig zu vernichten. Es ist erstaunlich, wie exakt die Bibel hier ist und wie sich politische Strukturen, die die Bibel schon im Alten Testament beschrieben hat, in der Endzeit wiederholen und erfüllen. Kapitel 25.7 Die siebte Posaune Kommen wir jetzt zur siebten Posaune, die im Himmel stattfindet. In Offenbarung 11, Vers 15 folgendes steht, Und der siebente Engel blies seine Posaune und es erhoben sich große Stimmen im Himmel, die sprachen, Es sind die Reiche der Welt unseres Herrn und seines Christus geworden und er wird regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die 24 Ältesten, die vor Gott auf ihren Thronen saßen, fielen nieder auf ihr Angesicht und beteten Gott an und sprachen, Wir danken dir, Herr, allmächtiger Gott, der du bist und der du warst, dass du an dich genommen hast deine große Macht und herrschest. Und die Völker sind Zorne geworden und es ist gekommen, dein Zorn und die Zeit, die Toten zu richten und den Lohn zu geben deinen Knechten, den Propheten und den Heiligen und denen, die deinen Namen fürchten, den Kleinen und den Großen und zu vernichten, die die Erde vernichten. Und der Tempel Gottes im Himmel wurde aufgetan und die Lade seines Bundes wurde in seinem Tempel sichtbar und es geschahen Blitze und Stimmen und Donner und Erdbeben und ein großer Hagel. Zur Zeit der siebten Posaune wird das Geheimnis Gottes geoffenbart werden, wie er es seinen Knechten, den Propheten, verkündigt hat und das geschieht ganz offensichtlich im Himmel. Das Geheimnis Gottes, das offenbar wird, ist die Leibesgemeinde Jesu Christi. Erstaunlicherweise steht die siebte Posaune erst nach der Beschreibung der zwei Zeugen in Offenbarung 11. Eigentlich ist das nun nicht mehr unerwartet, sondern bestens nachvollziehbar und die absolut richtige Stelle, wenn wir uns ein solches Urteil über die Bibel überhaupt erlauben wollen. Denn erst, wenn die beiden Zeugen ihren Dienst verrichtet und vollendet haben, getötet und schließlich entdrückt wurden, wird das Geheimnis Gottes offenbart werden, denn dann erst wird die Gemeinde Jesu Christi im Himmel vervollständigt sein. Kapitel 25, Punkt 8 Zusammenfassung Zusammenfassend können wir jetzt sehen, die ersten vier Posaunen handeln von dem großen Gericht der Beiseitesetzung Israels und zwar seit dessen Zerstreuung unter die Heidenvölker vor 2000 Jahren. Die fünfte Posaune berichtet über die fünfmonatige Schreckensherrschaft des falschen Propheten in Jerusalem und die sechste Posaune vom verwüstenden Heranziehen der Truppen der Könige von jenseits des Euphrat und deren Sammlung in Hamageddon, was wiederum in engster Verbindung zu den beiden Zeugen und der Entrückung steht. Die sieben Posaunen stellen uns die Geschicke des alt- und neutestamentlichen Gottesvolkes aus Israel vor Augen. Die Gemeinde aus den Nationen wird hier nicht explizit erwähnt. Im Gegensatz zu den sieben Siegeln, die von vor Grundlegung der Welt bis zur Wiederkunft Christi einen Bogen über die gesamte Welt- und Heilsgeschichte Gottes spannen, zeigen uns die sieben Posaunen einen Ausschnitt der Heilsgeschichte Gottes speziell mit Israel. Wir sehen also hier, wie der Blick sich vom Allgemeinen auf das Besondere konzentriert. Innerhalb der sieben Schalengerichte wird das noch einmal besonders deutlich, denn dort ist dann von endzeitlichen Details innerhalb der 70. Jahrwoche die Rede, die noch gesondert Beachtung finden sollen. Kapitel 25.8.1 Die Zuordnung der drei Stichtage Ordnen wir nun noch die drei Stichtage ihren jeweiligen endzeitlichen Ereignissen zu. Insgesamt haben wir drei Stichtage, den Tag 1290, den Tag 1300 und den Tag 1335. In Offenbarung 18, Vers 13 steht Und ich sah und hörte einen Engel fliegen mitten durch den Himmel und sage mit großer Stimme Weh, weh, weh denen, die auf Erden wohnen, vor den anderen Stimmen der Posaunen der drei Engel, die noch Posaunen sollen. Die drei Wehrufe in der Offenbarung beinhalten folgende Ereignisse. Das erste Wehe, die fünfte Posaune, enthält die okkulte Schreckensherrschaft des falschen Propheten in Israel. Das zweite Wehe, die sechste Posaune, enthält die Verwüstung Israels durch die Heere des Antichristen und der Könige vom Osten, die Rede der sieben Donner, den Dienst, den Tod und die Auferstehung der beiden Zeugen, die Entrückung und die Umkehr der Israeliten zu ihrem Gott. Das dritte Wehe, die dritte Posaune, enthält die Proklamation des Reiches Gottes und Christi, die Offenbarung des Geheimnisses Gottes und das kommende Gericht an den Völkern, die Jerusalem angegriffen haben. Der letzte Stichtag, den wir aus Daniel 12 kennen, ist der Tag 1335. Das ist der Tag, an dem Christus vom Himmel kommt und Jerusalem vom Antichristen befreit. Dann wird er sein eigenes, ewiges Friedensreich aufrichten. Der Tag 1335 ist das letzte Ereignis vor der Aufrichtung des tausendjährigen Reichs und somit dem letzten Stichtag zuzuordnen. Ein weiterer Stichtag ist der Tag 1300, den wir aus den 2300 Abenden und Morgen abgeleitet haben. Er ist der Tag der Weihe des Tempels. Diese Weihe geschieht, wenn Jerusalem zu dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs um Hilfe und Rettung schreit. Das sind diejenigen Israeliten, die bei der Entrückung dem Gott des Himmels Ehre gegeben haben. Offenbarung 11 Sie sind in das zerstörte Jerusalem geflüchtet, um sich dort vor dem heranziehenden Antichristen zu verschanzen und die Hilfe Gottes herbeisehnen. Dann bleibt für den Tag 1290 nur noch das Ereignis der Entrückung. Der Tag 1290 ist gleichzeitig der Tag der Entrückung und der Tag, an dem sich Israel, wenn es die Entrückung sieht, zu seinem Gott bekehrt. Alle anderen Tage und Ereignisse ergeben sich mittelbar aus dieser Zuordnung. So zum Beispiel die ersten 150 Tage der Schreckensherrschaft des falschen Propheten in Jerusalem und der Angriff des Königs des Südens auf Jerusalem nach diesen 150 Tagen. Damit finden wir die ersten beiden Stichtage innerhalb der sechsten Posaune und den letzten Stichtag innerhalb der siebten Posaune. Danach folgt im Buch eine Tabelle. Kapitel 25.8.2 noch einmal noch einmal die siebte Posaune. Fand die fünfte Posaune noch am Anfang der zweiten Hälfte der 70. Jahrwoche statt, erschallt die sechste Posaune an deren Ende und unmittelbar auf diese folgt dann die siebte, denn das dritte Wehe kommt schnell. Denn die sechste Posaune berichtet von der Verwüstung Israels durch die Heere der Neo-Assyrer und der des Antichristen, die sich kurz vor dem 1290. Tag, dem Tag der Entrückung in Hamageddon sammeln. Und die siebte Posaune berichtet von dem himmlischen Gericht Jesu Christi an den Völkern am Tag 1335. Zwischen der sechsten und der siebten Posaune liegen also nur 45 Tage. Das ist tatsächlich schnell. In der siebten Posaune sprechen große Stimmen im Himmel, dass das Reich unseres Herrn und seines Christus geworden ist und dass er von Ewigkeit zu Ewigkeit regieren wird. Der allmächtige Gott hat seine Macht angenommen und herrscht. Die Zeit seines Zorns ist gekommen, die Zeit die Toten zu richten, den Knechten ihren Lohn zu geben und die zu verderben, die die Erde verderbt haben. Die siebte Posaune spricht von der Vollendung, denn jetzt wird das Geheimnis vollendet, das Gott seinen Knechten den Propheten geoffenbart hat. Dieses Geheimnis ist die Bundeslade im himmlischen Tempel, denn die Bundeslade ist ein Bild auf Christus und seine Gemeinde. Ihr Deckel war aus einem Stück Gold Ihr Korpus war aus Holz und nur vergoldet. Das bedeutet, Christus ist das Haupt aus Gold und der Leib der Bundeslade, ihr Korpus ist aus Holz, das sind wir. Wir sind nur aus Holz, aber überkleidet mit Gold, ein Bild auf die uns von Christus verliehene Gerechtigkeit. Aber wenn wir unter Christus sind, wenn wir mit ihm vereint sind, dann bildet die Gemeinde Jesu und ihr Herr die Bundeslade Gottes. Das ist auch der Grund dafür, dass für uns der Weg in das Allerheiligste geöffnet ist, denn dort stand im Tempel die Bundeslade und dort gehören auch wir hin. Damit wird auch besser verständlich, warum welche Gegenstände im Tempel standen. Die zwölf Schaubrote sind ein Bild auf die Gemeinde Jesu aus den Juden und der siebenarmige Leuchter ist ein Bild auf die Gemeinde Jesu aus den Nationen. Beide standen als ein Bild für die Gemeinde Jesu Christi im Heiligtum. Das Allerheiligste aber wird erst in der Vollendung vollständig sein, dann wenn Christus und seine Gemeinde vereint sind. Diese Vereinigung beschreibt die siebte Posaune damit, dass die Bundeslade im Tempel sichtbar wurde. Ihr goldener Sühnedeckel aus einem einzigen Stück massivem Gold getrieben ist unser Herr Jesus Christus und der vergoldete hölzerne Korpus der Lade sind wir, die Gemeinde Jesu. Die Lade enthält die zehn Gebote das Wort Gottes. Dieses Wort war Christus und dieses Wort trugen wir schon die ganze Zeit in Deshalb sind wir der Bibel in allem was wir sagen lehren und glauben so eng verpflichtet. Das Geheimnis das Gott seinen Knechten den Propheten gezeigt hat ist die Bundeslade die im Himmel wieder sichtbar wurde. Was für ein anbetungswürdiges Geheimnis. Kapitel 25.9 Sichem Tebets und Ofra Oben haben wir gesagt dass wir noch einige weitere Informationen brauchen um zu verstehen warum Abimelech einmal gegen Sichem und einmal gegen Tebets kämpft. Aber genau genommen werden uns in Richter 9 drei Städte vorgestellt Sichem Tebets und Ofra. Die Belagerung dieser drei Städte berichtet bereits Richter 9 in alttestamentlichen Bildern nämlich die drei Angriffe die der Antichrist während der 70. Jahrwoche gegen Jerusalem führt. Der erste Angriff ist in der Mitte der 70. Jahrwoche, wenn er die Wiedergeborenen in Jerusalem tötet. Der zweite Angriff erfolgt fünf Monate später, wenn er den König des Südens aus Jerusalem vertreibt. Der dritte Angriff erfolgt ganz am Ende der 70. Jahrwoche nach Hamageddon und nach der Entrückung, wenn die beiden Heere, des Antichristen und der Neo-Assyrer, die Stadt Jerusalem endgültig dem Erdboden gleichmachen wollen. Auch hier wird wieder deutlich, dass die im Neuen Testament gezeichneten Endzeitereignisse tief im Alten Testament verwurzelt sind. Diese Linien gilt es nachzuzeichnen, um eine willkürliche Auslegung der Bibel und der dort beschriebenen Endzeitereignisse zu vermeiden. Kapitel 25.9.1.1 Abimelech ist ein Bild auf den Antichristen, Sebul ist ein Bild auf den falschen Propheten und Gal ist ein Bild auf den König des Südens. Das haben wir oben bereits festgestellt. Schauen wir uns Richter 9 also noch einmal im Detail an. Zunächst wird berichtet, wie Abimelech an die Macht kommt. Richter 9 Abvers 1 Abimelech aber der Sohn Jerubals, der Antichrist, ging hingehen Sichem zu den Brüdern seiner Mutter und redete mit ihnen und sprach mit dem ganzen Geschlecht des Vaterhauses seiner Mutter und sprach, Redet doch vor den Ohren aller Männer zu Sichem. Was ist euch besser, dass siebzig Männer, alle Kinder Jerubals, über euch Herren seien oder dass ein Mann über euch Herr sei? Gedenkt auch dabei, dass ich euer Gebein und Fleisch bin. Nämlich ein Ungeachteter, welchem die Ehre des Königreichs nicht zugedacht war, wird mitten im Frieden kommen und das Königreich mit süßen Worten einnehmen. Daniel 11 Vers 21 Da redeten die Brüder seiner Mutter von ihm alle diese Worte vor den Ohren aller Männer zu Sichem. Und ihr Herz neigte sich Abimelech nach, denn sie gedachten, er ist unser Bruder. Und sie gaben ihm siebzig Silberlinge aus dem Hause Baal-Beritz. Und Abimelech stinkte damit lose, leichtfertige Männer, die ihm nachfolgten. Das Massaker Abimelechs in Ofra ist ein erstaunlich genaues alttestamentisches Bild der Eroberung Jerusalems und der Tötung des Hauses David und der Bürger Jerusalems durch den Antichristen. Dieses Bild erfüllt sich am Tag 1260, nämlich in der Mitte der 70. Jahrwoche. Es ist ein Bild auf den ersten Angriff des Antichristen auf Jerusalem in der Endzeit. Dann folgt eine Grafik. In Richter 9, Vers 5 steht, Und er kam in seines Vaters Haus gen Ofra, das ist ein Bild auf Jerusalem, und er würgte seine Brüder, die Kinder Jerubals, siebzig Mann, das sind die Wiedergeborenen, auf einem Stein, ein Bild auf dem Berg Zion. Jotham ist ein Bild auf den Überrest, der sich in der Wüste Judah verbirgt. Davon berichtet Offenbarung 12 und auch Jesus spricht davon in Markus 13, Vers 14. In Richter 9 steht, Es blieb aber übrig Jotham, der jüngste Sohn Jerubals, denn er war versteckt. Das ist ein Bild auf den Überrest in der Wüste, in Offenbarung 12. Und es versammelten sich alle Männer von Sichem und das ganze Haus Milow, gingen hin und machten Abimelech, den Antichristen, zum König bei der Hohen Eiche, die zu Sichem steht. Dieses erste Bild von Offra in Richter 9 beinhaltet also folgende Endzeitereignisse. Den Antichristen, dessen Massaker an den beiden Zeugen, seine Intronisierung, wie Jesus sagt, dass ein anderer in seinem eigenen Namen kommen wird und den werden sie annehmen und den in die Wüste geflohenen Überrest aus Offenbarung 12. Kapitel 25.9.1.2 Sichem Bei dem Kampf um Sichem in Richter 9 ist der zweite Angriff des Antichristen, des Königs von Norden, auf Jerusalem gemeint. Dieser Teil von Richter 9 bezieht sich auf die Zeit ab dem Tag 150 in der zweiten Hälfte der 70. Jahrwoche. Am Tag 150 hat sich Gal, der König des Südens, in Jerusalem festgesetzt und die Stadt dem Antichristen abspenstig gemacht. Aber der Antichrist wird gegen ihn ausziehen und Jerusalem zurückerobern. Davon spricht der folgende Abschnitt. Abimelech steht für den König des Nordens, den Antichristen. Sebul steht für den falschen Propheten und Gal steht für den König des Südens. Richter 9, Abvers 22 Als nun Abimelech, der Antichrist, drei Jahre über Israel geherrscht hatte, sandte Gott einen bösen Willen zwischen Abimelech, den Antichristen, und den Männern zu Sichem. Das ist ein Bild für Jerusalem. Und die Männer zu Sichem wurden Abimelech untreu, auf das der Frevel an den 70 Söhnen Jerubals begangen, das sind die Wiedergeborenen des Hauses David und der Bürger Jerusalems, und ihr Blut käme auf Abimelech, ihren Bruder, der sie erwürgt hatte, und auf die Männer zu Sichem, die ihm seine Hand dazu gestärkt hatten, dass er seine Brüder erwürgte. Und die Männer zu Sichem stellten einen Hinterhalt auf den Spitzen der Berge und beraubten alle, die auf der Straße zu ihnen wandelten. Und es ward Abimelech angesagt. Es kam aber Gal, der Sohn Ebetz, das ist der König des Südens aus Daniel 11 und seine Brüder und zogen zu Sichem ein. Das heißt, der König des Südens nimmt Jerusalem ein. Das ist am Tag 150 in der zweiten Hälfte der 70. Jahrwoche. Es dauert nicht, wie in Vers 22 beschrieben, drei Jahre, denn diese Zeit der grausigen Herrschaft des falschen Propheten wird verkürzt werden, wie in Matthäus 24, Vers 22 steht, und wo diese Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Mensch selig. Aber um der auserwählten Willen werden diese Tage verkürzt. Und die Männer zu Sichem verließen sich auf ihn und zogen heraus aufs Feld und lasen ab ihre Weinberge und kälterten und machten einen Tanz und gingen in ihres Gottes Haus und aßen und tranken und fluchten dem Abimelech. Das heißt, sie fallen vom Antichristen ab. Und Gal, der Sohn Ebetz, der König des Südens, sprach, Wer ist Abimelech? Das ist der König des Nordens. Und was ist Sichem? Jerusalem, dass wir ihm dienen sollten. Ist er nicht Jerubals Sohn und hat Sebul seinem Knecht hergesetzt, den falschen Propheten, das Tier aus dem Land? Dienet den Leuten Hemors, des Vaters Sichems. Warum sollten wir jenen dienen? Wollte Gott, das Volk wäre unter meiner Hand, dass ich Abimelech vertriebe? Und es ward Abimelech gesagt, mehre dein Heer und zieh aus. Denn Sebul, der Oberste in der Stadt, das ist der falsche Prophet, der alle Macht des ersten Tieres, des Antichristen vor ihm ausübt, Da er die Worte Gals, des Sohnes Ebets, des Königs des Südens, hörte, ergrimmte er in seinem Zorn und sandte Botschaft zu Abimelech heimlich und ließ ihm sagen, Siehe, Gal, der Sohn Ebets, und seine Brüder sind gen Sichem gekommen und machen dir die Stadt aufrührerisch. Das bedeutet, der König des Südens hat Jerusalem an sich gezogen. So mache dich nun auf bei der Nacht, du und dein Volk, das bei dir ist, und mache einen Hinterhalt auf sie im Felde. Und des Morgens, wenn die Sonne aufgeht, so mache dich früh auf und überfalle die Stadt. Und wo er und das Volk, das bei ihm ist, zu dir hinauszieht, so tu mit ihm, wie es deine Hand findet. Abimelech stand auf bei der Nacht und alles Volk, das bei ihm war, und hielt auf Sichem mit vier Haufen. Das ist kurz nach dem Tag 150, wenn der Antichrist gegen den König des Südens nach Jerusalem zieht. Und Gal, der Sohn Ebets, zog heraus und trat vor die Tür an der Stadt Tor. Aber Abimelech machte sich auf aus dem Hinterhalt samt dem Volk, das mit ihm war. Da nun Gal das Volk sah, sprach er zu Sebul, siehe, da kommt ein Volk von der Höhe des Gebirges hernieder. Sebul aber sprach zu ihm, du siehst die Schatten der Berge für Leute an. Das bedeutet, Sebul versucht hier, Zeit zu gewinnen. Gal redete noch mehr und sprach, siehe, ein Volk kommt hernieder aus der Mitte des Landes und ein Haufe kommt auf dem Wege zur Zaubereiche. Der Antichrist rückt jetzt auf Jerusalem zu, um Gal daraus zu vertreiben. Da sprach Sebul zu ihm, wo ist nun hier dein Maul, das da sagte, wer ist Abimelech, dass wir ihm dienen sollten? Ist das nicht das Volk, das du verachtet hast? Zieh nun aus und streite mit ihm. Gal zog aus vor den Männern zu sichem her und stritt mit Abimelech. Aber Abimelech jagte ihn, dass er floh vor ihm. Das bedeutet, der Antichrist, der König des Nordens, verjagt jetzt den König des Südens aus Jerusalem und fielen viel Erschlagene bis an die Tür des Tors. Und Abimelech blieb zu Aruma, Sebul aber verjagte den Gal und seine Brüder, dass sie zu Sichem nicht durften bleiben. Das ist ein Bild darauf, dass der König des Südens aus Jerusalem vertrieben wird. Am Morgen aber ging das Volk heraus aufs Feld. Da das Abimelech war angesagt, nahm er das Kriegsvolk und teilte es in drei Haufen und machte einen Hinterhalt auf sie im Felde. Als er nun sah, dass das Volk aus der Stadt ging, erhob er sich über sie und schlug sie. Abimelech aber und die Haufen, die bei ihm waren, überfielen sie und traten an die Tür des Stadthors und zwei der Haufen überfielen alle, die auf dem Felde waren und schlugen sie. Da stritt Abimelech wieder die Stadt den ganzen Tag und gewann sie und erwürgte das Volk, das darin war und zerbrach die Stadt und säte Salz darauf. Das bedeutet, der Antichrist zerstört und verheert Jerusalem vollends. Jerusalem ist dann für den Rest der 70. Jahrwoche unbewohnt. Dann bleiben nur die unbegrabenen Leiber der beiden Zeugen in der Stadt zurück und warten dort auf ihre Auferstehung und Entrückung am Ende der 70. Jahrwoche. Da das hörten alle Männer des Turms zu sichern, gingen sie in die Festung des Hauses des Gottes Berit. Da das Abimelech hörte, dass sich alle Männer des Turms zu sichern versammelt hatten, ging er auf den Berg Zalmon mit allem seinem Volk, das bei ihm war und nahm eine Axt in seine Hand und hieb einen Ast von den Bäumen und hob ihn auf und legte ihn auf seine Achsel und sprach zu allem Volk, das mit ihm war, Was ihr gesehen habt, das ich tue, das tut auch ihr eilend wie ich. Da hieb alles Volk ein jeglicher einen Ast ab und folgten Abimelech nach und legten sie an die Festung und steckten es an mit Feuer, dass auch alle Männer des Turms zu sichern starben, bei tausend Mann und Weib. In dieser Begebenheit wird nun der zweite Angriff des Antichristen auf Jerusalem beschrieben. Gal, ein Bild auf den König des Südens, hatte sich in Jerusalem festgesetzt und machte die Stadt von Abimelech abtrünnig, der ein Bild auf den Antichristen ist, während Sebul, ein Bild auf den falschen Propheten, noch in der Stadt war. Folgen der endzeitlichen Elemente sind hier enthalten. Der Antichrist, der König des Nordens, der falsche Prophet, der König des Südens, die Vertreibung des Königs des Südens aus Jerusalem durch den König des Nordens und die vollständige Verwüstung der Stadt Jerusalem durch den Antichristen. Im Wesentlichen geht es hier um Details in der Zeit der ersten fünf Monate der zweiten Hälfte der 70. Jahrwoche. Ist es nicht erstaunlich, wie genau in diesem so frühen Text der Bibel schon endzeitliche Strukturen vorgegeben werden? Das ist Gottes Wort. Kapitel 25.9.1.3 Tebets Der Kampf um Tebets schließlich ist ein Bild auf den dritten Angriff des Antichristen gegen Jerusalem, denn nachdem der Antichrist und der falsche Prophet den König des Südens aus Jerusalem verjagt haben, lassen sie die Stadt vollkommen zerstört und unbewohnt zurück, ziehen nach Süden und erobern Ägypten und Nordafrika bis nach Libyen. Jetzt reicht das Reich des Antichristen von Syrien bis nach Libyen. Aber derweil rückt das neo-asyrische Großreich von Nordosten gegen ihn vor und zerstört die Hauptstadt des Antichristen, Damaskus. Zusätzlich nimmt Assyrien Nordisrael ein und lagert sich in Hamageddon. Der Antichrist hört davon auf seinem Feldzug in Nordafrika, Daniel 11, Vers 44, und zieht gegen die Assyrer nach Hamageddon, wo sich beide zur letzten großen und entscheidenden Schlacht gegeneinander aufstellen. Aber die Schlacht findet nicht statt, denn Offenbarung 16, Vers 16 sagt zwar, dass sie in Hamageddon versammelt werden, sie berichtet aber nicht von einer Schlacht in Hamageddon. Hingegen sagt Daniel 11, Vers 45, dass der Antichrist bei der Belagerung Jerusalems umkommt, wohingegen Jesaja 30 oder auch Misha 5, Vers 5 berichten, dass in der Endzeit Assyrien wieder ins Land Israel einfällt und dort vernichtet wird. Es ist also davon auszugehen, dass in der Endzeit zwei große politische Machtblöcke existieren und um die Herrschaft im vorderen Orient konkurrieren, das Reich des Antichristen und das der Neo-Assyrer, denn nur so kann die biblische Prophetie aus Jesaja, Misha und anderen Büchern in Erfüllung gehen. Aber welches Ereignis ist derart gewaltig, dass die Schlacht von Hamageddon ausbleibt? Immerhin steht hier das Heer des Antichristen einen 200 Millionen Heer gegenüber. Ein einziges Ereignis in Gottes Heilsgeschichte ist groß genug, um das zu bewirken und das ist die Entrückung. Sie geschieht am Tag 1290. Die weltweite Gemeinde Jesu, die aus Heiden und Judenchristen besteht, wird von Christus in die Wolken entrückt und wird bei ihm sein alle Zeit. Diese Entrückung sehen ihre Feinde, so sagt Offenbarung 11. Sie ist so eindrücklich, dass sich die bislang ungläubigen Israelis zu dem Gott des Himmels bekehren. Sie fliehen in die Ruinen des zerstörten Jerusalem, wo eben die beiden Zeugen entrückt wurden und verschanzen sich dort. Der Antichrist hört vom erneuten Abfall Jerusalems und zieht zum dritten und letzten Mal nach Jerusalem hinauf, um die in seinen Augen immer aufs Neue, ungehorsame und widerspenstige Stadt endgültig zu zerstören und zu vernichten. Die Neo-Assyrer ziehen ihm in okkulter Verblendung nach. Dann erfüllen sich die Prophezeiungen aus Jesaja, aus Micha und viele andere. Wenn diese beiden Heere nach Jerusalem heraufziehen, versammeln sich die dort Verschanzten zu einem großen Bußgebet und rufen Gott um Hilfe und Rettung vor dem Antichristen an. In Jesaja 14, Vers 1 steht dazu, Siehe, es kommt dem Herrn die Zeit, dass man deinen Raub austeilen wird in dir. Denn ich werde alle Heiden wieder Jerusalem sammeln zum Streit. Und die Stadt wird gewonnen, die Häuser geplündert und die Weiber geschändet werden. Und die Hälfte der Stadt wird gefangen weggeführt werden und das übrige Volk wird nicht aus der Stadt ausgerottet werden. Aber der Herr wird ausziehen und streiten wieder die Heiden, gleich wie er zu streiten pflegt zur Zeit des Streites. Und seine Füße werden stehen zu der Zeit auf dem Ölberge, der vor Jerusalem liegt gegen Morgen. Der Antichrist und Assyrien brechen noch einmal in die Stadt, zerstören die Häuser, schänden die Frauen und führen die Hälfte der Israelis gefangen weg. Diese Zeit dauert nur wenige Tage, denn dann kommt Christus mit der verherrlichten Gemeinde vom Himmel herab auf den Ölberg. Denn die Frau, die in Tebets, Richter 9, den Stein vom Turm herabwirft, ist ein Bild auf die verherrlichte Leibesgemeinde, die mit Christus vom Himmel auf den Ölberg herabkommt und den Antichristen durch einen Stein vom Himmel töten wird. Ganz ähnlich berichtet dies auch Daniel 2, wenn ein Stein vom Gebirge herabgerissen wird, der das Standbild an seine Füße schlägt. Dann endlich richtet Christus sein tausendjähriges Friedensreich auf. Richter 9, Abvers 50 Abimelech, der Antichrist, aber zog gen Tebets, ein Bild auf Jerusalem, und belagerte es und gewann es. Der Antichrist bricht also noch einmal in die Stadt Jerusalem ein und plündert die Häuser, schändet die Frauen und führt die Hälfte der Menschen in die Gefangenschaft. Aber das dauert nicht lange, denn der Herr wird schnell kommen. Es war aber ein starker Turm mitten in der Stadt, auf den flohen alle Männer und Weiber und alle Bürger der Stadt und schlossen hinter sich zu und stiegen auf das Dach des Turms. Da kam Abimelech zum Turm und stritt da wieder und nahte sich zur Tür des Turms, dass er ihn mit Feuer verbrennte. Aber ein Weib, ein Bild auf die Leibesgemeinde Jesu Christi, warf einen Mühlstein Abimelech auf den Kopf. Der Antichrist wird vom Himmel gerichtet und zerbrach ihm den Schädel. Vergleiche Daniel 11, Vers 45 Und er wird den Palast seines Gezeltes aufschlagen zwischen zwei Meeren um den Wertenheiligen Berg, bis es mit ihm ein Ende werde und niemand wird ihm helfen. Da rief Abimelech eilend dem Diener, der seine Waffen trug und sprach zu ihm, zieh dein Schwert aus und töte mich, dass man nicht von mir sage, ein Weib hat ihn erwürgt. Dadurch stach ihn sein Diener und er starb. Da aber die Israeliten, die mit ihm waren, sahen, dass Abimelech tot war, ging ein jeglicher an seinen Ort. Also bezahlte Gott Abimelech das Übel, das er an seinem Vater getan hatte, da er seine siebzig Brüder erwürgte. Desgleichen alles Übel der Männer Sichems vergalt ihnen Gott auf ihren Kopf und es kam über sie der Fluch Jothams des Sohnes Serubals. Damit endet das Bild in Richter 9 und wir verstehen jetzt, warum Gott dort die drei Städte Ofra, Sichem und Thebets erwähnt und die Kämpfe Abimelechs gegen diese drei Städte so detailliert beschreibt. Es sind drei Begebenheiten, die die endzeitlichen Belagerungen Jerusalems vorausdeuten. Hieran wird deutlich, was es bedeutet, endzeitliche Ereignisse mit dem Alten Testament abzustimmen, damit keine willkürlichen Aussagen getroffen werden, wie dies zum Beispiel die Deutung der Schenkel des Standbildes in Daniel 2 als zwei eiserne Beine, die für das römische Reich stehen sollen, der Fall ist. Alle drei Städte sind jeweils Sinnbilder auf das in der Endzeit angegriffene und eroberte Jerusalem. Es sind drei Städte, weil der Antichrist Jerusalem dreimal erobert. Wie konnte das der Schreiber des Richterbuches wissen? Das ist menschlich unmöglich und zeigt erneut die überwältigende Genauigkeit und Inspiration der Bibel. Die Passage in Richter 9 ist nicht so umkämpft und wird nicht so stark angezweifelt wie Daniel 11, denn die Bibelkritiker kennen sie nicht und können sie schon gar nicht deuten. In der Begebenheit um Tebets sind die folgenden endzeitlichen Ereignisse und Persönlichkeiten vorhergesagt. Der Antichrist, er belagert und erobert Jerusalem, der Opfertod der beiden Zeugen, das sind die 70 Brüder Abimelechs, die Wiederkunft Christi vom Himmel auf den Ölberg und das Endgericht am Antichristen, er wird von einem Stein vom Himmel gerichtet, die weltweite verherrlichte Gemeinde Jesu, eine Frau wirft einen Stein vom Himmel herab, das bedeutet Christus gibt uns den Sieg, und das Gericht an Jerusalem, am Antichristen und an der Welt. Hiermit schließt sich der Kreis. Ist das alles nicht erschreckend und erstaunlich zugleich? Erschreckend, wenn man sieht, was für ein ernstes Geschick Gott über sein Volk beschlossen hat, erstaunlich und anbetungswürdig, wenn immer aufs Neue deutlich wird, wie genau die Bibel ist und wie alles aus einem Guss, tief aus dem Alten Testament, ausgehend von Mose, dem Buch der Richter, über Jesaja, Joel, Zacharia und Daniel, bis in die Offenbarung zusammengefügt ist. Jetzt wird erkennbar, warum in Richter 9 einmal Ofra, einmal Sichem und einmal Tebets, Schauplatz des Geschehens sind, denn in der Endzeit wird der Antichrist dreimal um Jerusalem kämpfen und beim letzten Mal durch einen Stein vom Himmel getötet werden. Wie außerordentlich exakt und detailreich ist doch Gottes Wort und es ist alles schon im Alten Testament vorhanden. Kapitel 25.10 Eine verkürzte Zeit Wenn wir jetzt zu den Endzeitreden Jesu gehen, können wir verstehen, was Jesus mit den Worten meint, die er in Matthäus 24 Vers 15 sagt Wenn ihr nun sehen werdet den Gräuel der Verwüstung, davon gesagt ist durch den Propheten Daniel, dass er steht an der heiligen Stätte, wer das liest, der merke darauf, als dann fliehe er auf die Berge, wer im jüdischen Lande ist. Weiter in Vers 21 Denn es wird alsbald eine große Trübsal sein, nämlich weil der okkulte falsche Prophet in Jerusalem wütet, wie nicht gewesen ist von Anfang der Welt bisher und wie nicht auch werden wird. Und wo diese Tage nicht verkürzt würden, nämlich auf fünf Monate, so würde kein Mensch selig, aber um der auserwählten Willen werden die Tage verkürzt. Was ist das für eine verkürzte Zeit, von der Jesus spricht? Es ist die fünfmonatige okkulte Herrschaft des falschen Propheten in der zweiten Hälfte der 70. Jahrwoche in Jerusalem, die Gott von dreieinhalb Jahren auf nur fünf Monate verkürzt. Es mag sein, dass das die kleine Hilfe ist, die in Daniel 11, Vers 34 angedeutet wird. Und wenn sie so fallen, wird ihnen eine kleine Hilfe geschehen, aber viele werden sich zu ihnen tun betrüglich. Die kleine Hilfe bestünde also darin, dass der König des Südens nach Jerusalem kommt und nach fünf Monaten die hochokkulten Machenschaften des falschen Propheten unterbricht. Auffällig in der Endzeitrede Jesu in Matthäus 24, Vers 15 ist, dass zu diesem Zeitpunkt der Gräuel der Verwüstung in Jerusalem schon angerichtet wurde. Das bedeutet, dass zu dieser Zeit der falsche Prophet bereits in Jerusalem herrschen muss, denn dort stellt er das sprechende Bildnis auf. Wir befinden uns hier also innerhalb der Frist der fünf Monate. in der zweiten Hälfte der 70. Jahrwoche. Jesus betont in diesen Worten auch ausdrücklich die Aussagen Daniels, beziehungsweise die Aussagen, die Jesus selbst als Menschensohn Daniel gegeben hat. Denn die Prophezeiung in Daniel 11 gibt Daniel der Menschensohn höchstpersönlich. Die Worte Jesu in Matthäus 24 würden sich somit auf die fünf Monate der Schreckensherrschaft des Antichristen und des falschen Propheten in Jerusalem beziehen, die in der fünften Posaune zweimal erwähnt werden und zu Beginn der zweiten Hälfte der 70. Jahrwoche liegen. Kapitel 25.11 Die sieben Donner Zwischen der sechsten und der siebten Posaune liegen die sieben Donner. Das, was die sieben Donner geredet haben, soll Johannes nicht schreiben. Da wir jetzt aber eine lückenlose Abfolge der endzeitlichen Ereignisse vor uns haben, ist es naheliegend zu unterstellen, dass das hier Ausgeführte der Inhalt dessen ist, was die sieben Donner geredet haben. Denn was wäre sonst ihr Inhalt? Gott hat diese endzeitlichen Details, die die sieben Donner geredet haben, verborgen, bis die Zeit kommen sollte, in der sie verstanden würden. Ob diese Zeit jetzt da ist? Bis zum nächsten Mal.